Guck mal, was die Düsseldorfer Polizei macht. Die schlagen den Jungen einfach. Der hat nichts gemacht. Düsseldorf Polizei. Düsseldorf Hauptbahnhof. Der steckt den kleinen Jungen einfach ins Gesicht. Der blüht. Das geht doch gar nicht. So übertreiben muss man auch nicht. Der wird vor Gesicht stehen, glaube ich. In einer Woche wird der vor Gesicht stehen. Der hier. Guck mal, wie der blutzt. Du hässlicher Vogel, du Alter. Jungs, jeder YouTube, nicht? Jeder YouTube, dieses Video. Jeder YouTube. Jeder hat das gesehen. Nico! Was habt ihr gemacht? Mit der Anzeige. Mit dem Wagen. Mit dem Kennzeichen. Wie viele haben wir heute? Havad, wie viele haben wir heute? Heute ist der... Fünfte. Fünfte, erste. 2018. Guck mal. Der hässliche Vogel wird vor Gesicht stehen. Ja. Der hässliche Vogel wird vor Gesicht stehen. Vielen Dank.